Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniela Pfeiffer. Ich bin auf Low Carb Ketogene Ernährung spezialisiert und auch ausgebildet in der traditionellen chinesischen Diätetik. Traditionelle chinesische Medizin habe ich auch noch studiert. Ich bin die One Woman Show hinter diesem Kanal und ich möchte den heutigen Film mal nutzen und unglaublich dankbar zu sein für die vielen, vielen tollen Rückmeldungen. Und mein Grund, warum ich diesmal ganz anders als anders diesen Film hier drehe, ist, ich wollte eigentlich ganz was anderes veröffentlichen heute, aber ich habe entdeckt, dass ich den Tausender knacke, entweder schon geknackt habe oder knapp knacke. Jetzt während dem Sprechen bin ich noch bei 999 Abonnenten von diesem Kanal und ich bin komplett geflasht. Wie gesagt, ich wollte eigentlich komplett was anderes bringen. Das kommt halt dann nächste Woche. Bin aber schwer beeindruckt und habe mir dann gedacht, jetzt schau ich mal, ich mache das ja noch gar nicht so lange. Ich habe tatsächlich erst bei Autoimmunerkrankungen der Film, ich verlinke jetzt den allerersten Film hier unten nochmal rein und war dann eigentlich relativ konsequent mit fast, fast wöchentlich einem Beitrag. Also mein erster war das Thema Autoimmunerkrankungen. Das liegt mir ja sehr nahe als Selbstbetroffene und das waren unglaubliche 1200 Aufrufe. Das habe ich auch erst heute entdeckt, wie ich da wieder geschaut habe. Was war denn das allererste? 1200 Aufrufe allein für das Thema Autoimmunerkrankungen und danach, auch wieder vor acht Monaten, kam dann das Thema über die nicht alkoholbedingte Fettleber. Die ist auch eins meiner Schwerpunktthemen, wo ich viele Vorträge, auch internationale Vorträge darüber halten darf und das Thema liegt mir auch ganz gewaltig. Auch da habe ich unglaublich viele Aufrufe. Allerdings gehört zu den beliebtesten Filmen, die ich hochgeladen habe, unglaublich, das Fettfasten. Das hat mich auch völlig erschlagen. Es sind 7400 Aufrufe allein nur über das Fettfasten. Es ist ja wirklich eine unglaubliche Möglichkeit, in die ketogene Ernährung einzusteigen, einige Kilo sofort recht schnell zu verlieren, satt zu sein dabei und einmal so eine Ernährungsumstellung zu machen. Sie dauern ja nur drei bis maximal fünf Tage und man tut sich da wirklich was besonders Gutes. Aber dass sich die so verteilen oder so oft aufgerufen werden, mit dem habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Dazumals hatte ich auch noch nicht so viele Abonnenten. Ja und trotzdem ist das das beliebteste Beitrag, den ich bis jetzt veröffentlicht habe. Einiges abgeschlagen an der Beliebtheitsskala, aber trotzdem noch eine unglaubliche Anzahl an Aufrufen haben dann die Hafertage. Die spielen jetzt wieder zur nicht alkoholbedingten Fettleber hinein. Die Hafertage hatten 1100 Aufrufe, sind auch ein altbewährtes Diätetikum oder wie man da halt sagt, ein Einstieg in die lebergesunde Ernährung, auch nur drei bis fünf Tage und man hat nachhaltig Erfolg. Also den kann man auch vier bis sechs Wochen noch nachweisen, dass der nüchtern Zuckerspiegel runtergeht und sich die Werte verbessern. Und diese Hafertage werden in vielen deutschen Kliniken nach wie vor angeboten bei Prädiabetes, bei Diabetikern und natürlich auch bei der nicht alkoholbedingten Fettleber. Dass die auch so gut angenommen werden und ankommen und aufgerufen werden, ist natürlich unglaublich schön für mich zu sehen. Die Hafertage liegen aber gleich auf und das freut mich ganz besonders mit einem Interview mit meinem lieben Kollegenfreund Dr. Wilmos Fuchs, der mir immer wieder für medizinische Ratschläge, Interviews usw. zur Verfügung steht. Und da ging es um das Interview über Gluten, glutenhältig essen bzw. glutenfrei essen bei Morbus Hashimoto. Hashimoto ist ganz, ganz eng verlinkt mit einer Glutenintoleranz, tatsächlich wirklich. Und es macht absolut Sinn, das Gluten mal über Monate wegzulassen, nicht ein paar Wochen und sagen, da tut sich nichts, sondern wirklich nachhaltig wegzulassen. Es ist wirklich ein unglaublicher Effekt. Dabei ich selber bin Hashimoto betroffen. Ich bin zu 100% glutenfrei und das ist mein einziges Dogma bei der Ernährung. Natürlich bin ich auch low carb. Ich will ja meinen Hashimoto im Griff haben. Es freut mich jedenfalls ungemein, dass meine Beiträge da so gut angenommen werden. Auch meine letzte Serie, die ich jetzt gemacht habe, wo ich versuche eben klarzulegen, dass man eben das jahrtausendalte Wissen aus der traditionellen chinesischen Diätetik und Ernährungslehre mit unserem ernährungsmedizinischen modernen Wissen super gut verknüpfen kann. Diese Serie wird auch extrem gut angenommen. Das freut mich auch ganz gewaltig. Und ich wollte jetzt einfach meine Freude mal teilen und auch ein ganz herzliches Dankeschön an alle Abonnenten hier sagen. Bitte gerne auch noch durchwühlen durch die einzelnen Beiträge. Ich denke, es ist für jeden etwas Spannendes dabei. Und wenn jetzt die letzte Serie, die ich da jetzt hatte mit der Verbindung der traditionellen chinesischen Ernährungslehre mit Low-Carb-Ketogener Ernährung interessiert, da habe ich jetzt noch eine gute Nachricht im eigenen Interesse natürlich. Diese Woche, seit dieser Woche, also seit Anfang September kann man sagen, gibt es mein erstes Buch über TCM Basics. Also da wird wirklich in Verbindung mit der Low-Carb-Ernährung alles genau zur, also die Grunderkenntnisse aus der chinesischen Ernährungslehre genau erklärt. Schaut mal, wie schön das auch grafisch gestaltet worden ist von meiner Werbeagentur Fido, die mich da so betreut, auch wie der dreifache Erwärme ausschaut. Also unser Verdauungssystem, unser Fettverbrennungssystem, unser Stoffwechsel, ja, die Funktion wird über die TCM ja sehr gut erklärt. Man kann sich das so vorstellen, dass man westlich-medizinisch halt sehr gut anatomisch alles erklären kann und die TCM hat sich darauf spezialisiert, die Funktionen dazu zu erklären. Das funktioniert aber auch bei den Lebensmitteln so. Wir Westler kennen uns aus, wie viel Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate ist wo drinnen, wie viele Vitamine, Mineralstoffe sind da drinnen und die TCM erklärt uns, wie das Ganze funktioniert. Ja, also was, wann, wo und das lässt sich natürlich wunderbar miteinander verknüpfen. In dem neuen Buch habe ich natürlich auch sehr viele Tabellen drinnen, wenn man sich jetzt zum Beispiel mit der Thermik noch nicht so ganz auskennt oder wenn man kurz und knackig beieinander haben möchte, wie man jetzt zum Beispiel das Verdauungsfeuer stärkt, auch tabellarisch dargestellt. Und natürlich, wer mich kennt, der weiß, dass immer farbige Rezepte, bei jedem Rezept ein Foto dabei, also dass es irrsinnig viele Rezepte gibt. Natürlich alle TCM-tauglich, auch natürlich westlich tauglich, also man muss nicht chinesisch kochen, man muss nicht die Stäbchen schwingen, sondern mit unseren heimischen Lebensmitteln, mit unseren normalen Kochmethoden und Zutaten gute Rezepte basteln. Das habe ich da versucht hineinzubringen. Und es ist bei jedem Rezept dabei, das sieht man jetzt natürlich nicht schriftlich jetzt genau, aber es ist überall dabei, die Wirkung nach der TCM auf den Körper, sei es jetzt von einer speziellen Zutat oder vom gesamten Gericht. Also es ist wieder eine geballte Ladung, Information, wie man es halt so kennt von meinen Büchern. Den Link, wo man es bekommen kann natürlich und auch eine Information dazu habe ich unten noch hineingegeben. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch noch alle herzlich gerne einladen, die jetzt nähere Betreuung durch mich auch erfahren möchten zu dem Thema, wie kann man jetzt die TCM mit Low-Carb-Ketogener Ernährung kombinieren. Also wie man das genau kombinieren kann und möchte mehr Betreuung durch mich, lade ich herzlich ein. Da ist noch ein Link unten in den Kommentaren drinnen. Ich habe vor kurzem erst in Facebook eine Gruppe aufgemacht. In einer Gruppe kann man viel besser erstens live einsteigen, zweitens kommentieren, motivieren, mit Informationen versorgen. Also da gibt es einen Link unten, wie man dann zu dieser Gruppe kommt. Es wird auch in Kürze dort geballte Ladung, TCM-Wissen in einer Woche hineingestopft werden. Da werde ich aber dann doch einmal Informationen dazu bringen. Also wer das möchte, bitte herzlich gerne unten den Link betätigen und sich dazu anmelden. Ich freue mich auf jeden, der dabei ist. Die Gruppe ist schon sehr aktiv. Wir sind erst seit zehn Tagen oder was offen. Ich bin einmal in der Woche Minimum live in der Gruppe und natürlich mit vielen Kommentaren dabei. Wir haben in der Gruppe TCM-Profis, die von Low-Carb nicht sehr viel Ahnung haben und umgekehrt. Wir haben sehr viele Low-Carber, auch Ketaria drinnen, die habe ich ein bisschen zurückgebremst auf Low-Carb, die von der TCM keine Ahnung haben. Und das versuche ich jetzt mal so schön, eine schöne Gemeinschaft zusammenzubringen. Schaut mal gut aus, sind alle fröhlich und guter Dinge. Und diese Fröhlichkeit und Dankbarkeiten möchte ich hier jetzt auch noch einmal ausdrücken. Danke, danke, danke für das Abonnieren von dem Kanal. Gerne natürlich auch weiterempfehlen. Es dürfen natürlich noch mehr Leute werden. Und ich werde mich bemühen, auch weiterhin auch gute Informationen zu bringen. Ich bin auch froh über jegliche Anregung, Wunschthemen, alles, was so mit gesunder Ernährung zu tun hat, sei es jetzt TCM, sei es Low-Carb, ketogene Ernährung, Fettleber, Hashimoto, bitte gerne um Anregungen. Ich nehme das gerne auf. Ich möchte so nah wie möglich an meinen Leuten, Abonnenten, Fans arbeiten. Freut mich sehr, dass Interesse besteht an meinem Wissen, was ich auch gerne mitteile. Ja, noch einmal ein herzliches Danke, mir fällt wirklich ein Stein vom Herzen, dass eben dieses hineinknien und mich bemühen, halbwegs interessante Filme zu machen, dass das so honoriert wird und so ein Mega-Erfolg ist. Das habe ich mir nicht gedacht. Und es freut mich, freut mich, freut mich, freut mich sehr. Danke, danke, danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.